Einen wunderschönen guten Abend. Hier spricht Nadja Blust und ich bin Deutschlehrerin und bin jetzt in Frankreich. Ich schlage vor, jeder von uns in unserem Sprachklub stellt sich vor, sagt von wo ihr kommt, wie lange lernt ihr Deutsch und natürlich ihr Name und Vorname und wo ihr seid. Hallo zusammen, ich bin Antonina Andras, ich jetzt wohne in Deutschland. Ich wohne in Deutschland seit 2017. Ich lerne Deutsch seit fünf Jahren. Fünf Jahren, danke schön. Bexod bitte. Hallo, mein Name ist Bexod Patulay und ich komme aus Uzbekistan und bin ich 25 Jahre alt und seit vier, zehn oder 15 Monaten lerne ich Deutsch und wohne ich zurzeit in Baisen. Baisen liegt in Süden, Uzbekistan. Man kann auch sagen. Usbekistan, das ist in Usbekistan. Von Baisen liegt Friseur. Dankeschön, Friseur. Gut, bitte Lala. Hallo, also ich bin Lala. Ich komme aus Aserbaidschan und ich wohne hier. Ich bin Manager, Marketing und App Manager. Lerne ich Deutsch für vier Jahre, aber ich benutze die deutsche Sprache nicht so viel. Deswegen habe ich einige Probleme mit dieser Sprache. Alles klar, gut. Dann Xenia, bitte. Hallo, ich bin Xenia. Mein Name ist Xenia. Ich wohne in Berlin. Ich wohne seit dem zweiten Jahr. Und ich habe ein Jahr Deutsch gelernt und ich habe die Prüfung B1 bestanden. Verstanden. Aber vielleicht sechs Monate spreche ich Deutsch nicht. Alles klar. Und was von Beruf? Jetzt. Mein Beruf ist Lehrerin. Lehrerin Qigong. Gut, alles klar. Dann haben wir Svetlana. Svetlana, bitte. Guten Tag, mein Name ist Svetlana. Mein Nachname ist Nichai. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin als Krankenschwester von Beruf, aber jetzt arbeite ich als Krankenschwester-Masseurin. Ich habe zwei Kinder. Ich komme in der Ukraine. Ich wohne in der Stadt Odessa. Sehr gut. Gut, danke Svetlana. Danke. Wir sprechen auch. Und jetzt Nastja, bitte. Guten Abend. Ich heiße Nastja. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin aus der Ukraine und jetzt arbeite ich in Herz- und Gefäßchirurgie-Klinik in Kiew. Zuerst lernte ich Deutsch in der Schule und jetzt habe ich schon zwei oder drei Monate Deutsch gelernt. Und ich bin froh, heute mit Ihnen zu treffen. Sehr gut. Wir freuen uns auch, Anastasia. Danke schön.